So, und damit herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Und herzlich willkommen Pashi, dass du auch wieder dabei bist. Und ja, man hat echt keine Ruhe vor mir. Obwohl, ich war jetzt anderthalb Wochen nicht da. Ich war krank. So. Daher, ich weiß jetzt nicht, was wir genau hier das letzte Mal gemacht hatten. Ich glaube, wir müssen da hoch, kann das sein? Ja, okay, hier müssen wir lang. Da fühlt man mich oft woanders. Das stimmt auch. So, wo muss ich hin? Hier geht's nicht weiter, da lang? Ach, da. So. Funktioniert das hier? So. Ich feier aber das Outfit, das wir jetzt für sie haben. Passt eigentlich tatsächlich zum Setting so ein bisschen. Was haben wir hier? Ich bitte um die frühestmögliche Bestätigung dieser Berichte. Seit der Entdeckung der Ruinen haben wir keine Anweisungen bekommen. Die Untersuchung der Artefakte und Schriftrollen von der Fundstelle gehen weiter. So unwahrscheinlich es ist, scheinen wir die Ruinen der legendären Stadt Kitesch entdeckt zu haben. Außerdem gibt es zahlreiche Hinweise auf eine Art Erlösergestalt. Wenn ich die Texte richtig interpretiere, war es ein Prophet, der im 10. Jahrhundert aus Byzanz floh. Die Inschriften besagen, dass er ein mächtiges Artefakt mit sich rührte. Einstweilen habe ich den normalen Minenbetrieb ausgesetzt. Ich will die Wahrheit über diesen mysteriösen Propheten herausfinden. Ich glaube, das finden wir eher heraus. Ich glaube, von denen dürfte keiner mehr existieren. So. Folgende Frage. Passt eigentlich die Lautstärke oder bin ich zu laut oder spiel zu laut? Bei mir siehst du auch keine Werbung mehr. Wenn du willst eine Werbung haben, musst du ein Abo kündigen. Wenn sie dir lieber ist. So, hier haben wir erst mal Münzen. Wir haben jetzt schweres Gerät in die Haupthölle gebracht und planen uns Zugang zu einer Art Tempel zu verschaffen. Auch wenn wir dazu die uralten Türen einreißen müssen. Während hunderte Artefakte geborgen und katalogisiert wurden, sind zwei Wachtrupps in den Minen verschollen. Ich habe die einheimischen Gefangenen persönlich verhört. Sie beteuern nichts über den Verbleib der Wachen zu wissen. Obwohl wir sie hart bestraft haben, fürchte ich, dass wir kurz vor einem Aufstand stehen. Also, Beispiel bei dir. Du hast mich über tolle Werbung gefreut und Astro schenkt dir einfach mal eins. Oh, hier, Leute, es ist rot. Wie springen wir noch? Ähm. Ich habe vergessen, wie man springt. Ja, super. Okay, so. Aber das haben wir eingesammelt gehabt. Okay. Oh, das war knapp. Neues Barzellager entdeckt. Perfekt. Wieder getrennt. Ich hoffe, nur Jacob lebt noch. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Das wird zusehends zu meiner Lebensgeschichte. Ich kämpfe ums Überleben, aber trotzdem habe ich Hoffnung. Hier sind überall unglaubliche Ruinen. Das muss ein Teil der verlorenen Stadt des Propheten sein. Aber was ist noch wahr? Die göttliche Quelle. Könnte sie wirklich hier sein? Ist fertig? Okay. So, was können wir hier verbessern? 11 von 16 haben wir hier gemeistert. 5 von 18 und 6 von 19. Ich würde noch weiter ein bisschen hier in Richtung Kämpfer gehen. Tod von oben. Adrenalin erleiden sie nach einem Erfolg in Glauben und Kill kurzzeitig keinen Schaden durch Feinde. Ausweich Killmeister. Erledigen sich Feinde mit Rüstung und sofort durch Zeit die Perfekt abgepasste Drücken von Y beim Ausweichkonto. Erledigen sie Gegner geräuschlos ohne Feinde in der Nähe zu aller... Oh, ja. Alles klar, Paschil. Sehe ich mir nachher mal an. Wenn ich Pause mache oder so. So, Waffen-Updates habe ich. Wo? Wahrscheinlich den hier, he? Ne, ich bleib bei dem hier. Ne, hier auch nichts. Was soll ich hier jetzt neu haben? Upgrades verfügbar. Was für Upgrades? Hier? Hier ist alles. Hier habe ich auch alles. Was ist jetzt verfügbar? Hier ist doch alles, hä? Hi, Waifu. Alles klar? Ich weiß jetzt nicht, welche Upgrades da verfügbar sind. Da ist ein Ausrufezeichen, aber anscheinend habe ich alles. Das Wandbild zeigt den Propheten, wie er in Konstantinopel predigt. Nice. Griechisch haben wir gelernt. Gibt es hier noch mehr? Ihr seht zumindest jetzt nichts. Ja, bei mir ist alles fit im Schwimmen. Okay, wer? Wo? Da hinten nicht, also hier wahrscheinlich. Offenbar hatte Anna recht mit der verlorenen Stadt. Die Quelle muss irgendwo hier unten sein. Wie viele sind denn da? Das sind Wege, nicht mit diesen Werkzeugen. Wie ist dann der Plan? Wir müssen noch mal ein Oberrückkehr. Vielleicht können wir hier hin. Wir müssen hier verletzen. Okay. Den haben wir. Achso, ist da jetzt eine Bombe oder wie? Ich wollte es nur mal ausprobieren, was da passiert. Okay, der kriegt nichts mit. So, schleichen wir uns an dem da ran. Da haben wir voll. Ein Kanister. Muni. Äh, nee, den wollte... Super. Genossen, eine Antwort auf meine Berichte ist unerlässlich. Wir benötigen hier dringend Vorräte und Verstärkung. Ein Aufstand ist in vollem Gange. Die Gefangenen kontrollieren die Ausgrabungsstätte und die umliegenden Anlagen. Als Vergeltung habe ich Massenhinrichtungen der einheimischen Gefangenen angeordnet. Mit etwas Glück lägen diese Rebellen die Waffen nieder und ergeben sich, um ihre Landsleute zu retten. Ich glaube, das hat auch nie geklappt. Okay, wie viele sind da? Okay, die sehen sich alle irgendwie. Schauen wir mal, dass wir den möglich sind. Seid weg, Locke. Das sehe ich mir an. Alles klar. Das wird her. So. Die sind aber immer noch rot. Okay, das war nice. Jetzt nur noch der übrige. Haben wir alle? Mir ist klar geworden, dass unsere Kommunikation sabotiert wurde. Ihr habt meine Nachrichten vermutlich schon länger nicht erhalten. Aber ich sende weiter, wie es meine Pflicht ist. Einheimische haben uns an mehreren Fronten angegriffen, nachdem wir sie mit den Hinrichtungen ihrer Leute unter Druck setzen wollten. Es sind weit mehr, als wir je angenommen haben. Es ist klar, dass sie von der anderen Seite des Berges kommen und ihre Revolte schon seit Jahren gut geplant haben. Wir sind ohne Strom und Wasser und der Winter steht bevor. Die von uns, die noch hier sind, reisen bald ab. Wir haben einen Zug und wir werden so viele Aufzeichnungen und Artefakte mitnehmen, wie möglich. Ich glaube, aber hier gibt es keinen mehr. Kann das sein? Und wir haben... Oder wurde auf mich geschossen? Ich glaube, es gibt hier keine mehr. Hier haben wir nochmal Holz. Und die Kiste, da will ich. Neue Ausrüstung halten. Fertigen Sie Werkzeug. Werkzeug geschaltet neue Waffen-Upgrade-Ränge für alle Waffen frei. Verbessern Sie Waffen im Basislager. Okay, aber was muss ich da jetzt machen? Da mit rüber? Okay, Auli, jetzt schlägt wieder Van da. Boah, mir hat schon jemand versucht, die Tür zu öffnen. Okay, vermute ich dahin. Das sieht schon danach aus. Wo muss ich lang? Vera, beeil dich. Nein! Okay. Die ist nicht so gut gelaufen. Wieso hat das jetzt nicht geklappt? Wieso hat sie losgelassen? Ich glaube, das Ding ist runter. Äh, nein. So, komm. Oh, komm. Oh, 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 oh! Okay, den Weg können wir nicht mehr zurück. Können wir auch nicht nutzen. Also, Pashi, wenn du willst, kannst du das ausprobieren, ob der Weg doch noch benutzt. So, zwei Pilze. Ach. Äh. Lass es uns verändern. Geben Sie mich den Weg, du. Ah! 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 Einmal verloren. Und hier fascht deine Katzenohren. Ah! 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 Was? War's das? Ja, okay. So, erstmal alle lupen. Den hatten wir noch. Oh, und das sind Münzen. Die hab ich vergessen. Und einmal gucken, ob wir hier auch wirklich alles eingesammelt haben. Ist jetzt auch ein bisschen ruhiger. Ich glaube, hier habe ich nicht alles eingesammelt, zumindest nicht alles gesehen. Jetzt ergibt es einen Sinn, wenn ich diesen Anweisungen folge. Münzversteck entdeckt. Wo sind sie? Hier haben wir noch einen. Einmal nachladen. So. Hier haben wir noch welche. Vorausgesetzt, wir kommen da wieder hin. Ich glaube, da kommen wir irgendwie wieder hin. Ich will unten gucken, wie tief du da drunter gehst. Ah, okay. Nicht tief, aber gefährlich. Ein goldenes Schwertheft, verziert mit Juwelen. Gehörte einem byzantinischen Adeligen. Hm. Die Klinge ist in der Nähe des Griffes abgebrochen. Ist das im Kampf passiert? Vermutlich. Okay, hier will ich nicht runterfallen. Danke, Weifu, dass ich niedlich mit den Katzen annehme. Das ist jemand von ihm genauer wie dieser해야. Hat sie vom Kopf gemacht. Also, wir kommen runter. Ein großes Hier ist etwas. Das ist alles so schön. Das ist alles toll. Was ist das? Das ist alles. 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 Ich habe das. ich weiß ja nicht ob ich da hoch muss oder aber erst mal vielleicht da hinten noch einsammeln was noch zum einsammeln gibt geheimnisse entdeckt das ist schon mal nice hier sind noch welche hier habe alles entdeckt hier und hier kann man glaube ich ja hier war der fahrstuhl hier habe ich eine sache vergessen wir müssen irgendwie weg zurück finden ja super Okay, oh, nice. Okay, that's what I have done. Mist. einen interessanten flug hat er da abgegiert so aber ich wollte jetzt einmal kurz zurück zum lager hier entlang so ein fehlheitenpunkt haben wir mal gucken was wir hier noch haben was fehlt atemkontrolle erhöhen die zielfixierung für aufgeladenen bogenschutz wählen sie die munitionsmengen die sie an peinlichen leichen finden tierische instinkte tiere glühen bei der verwendung des überlebensinstinkt größere tiere hinterlassen abdrücke und blutbohren die einfach zu verfolgen sind volltreffer ein kopftreffer anzeige erscheint über dem kopf eines peines wenn dieser erfolgreich angesiedelt wurde oder freuen sie gleichzeitig bis zu zwei pfeile auf zwei separat angesiedelt ziele ab wenn sie mit polschen die gespannten bogen sind bogen experte für sie eine bogen exekution auf kurze distanz aus und verbessern sie die chance spezialpfeile von feind zu erfolgen für seine pistole pistole exekution würde ich nehmen dass sie das klingt schon nice aber ich will erst mal gucken ob wir etwas anderes passen höhere herstellen von wurfobjekten und munition im lauf listenreiche kämpfe feinde die durch hergestellte objekte erledigt oder außergefecht gesetzt werden bringen mehr erfahrung brandbomben werden die aus roten beziehen kannistern bomben und aus feindlichen funkgeräten annäherungsminen her auge fürs detail finden sie mit überlebensinstinkten leichter herausforderungsobjekte das machen wir warte ich habe dings vergessen jetzt muss hier was neues geben oder ja hier jetzt geht das und das auch die noch nicht da fehlt uns noch ein bisschen was für den hier machen weil dieses verschlussgehäuse der politik feuermechanismus reduziert die störanfälligkeit und wird die schussfrequenz den können wir auch noch machen einen größeren magazin ermöglicht mehr schüsse bevor nachgeladen werden muss angepasste wurfarme die verbesserten wurfarme ermöglichen mehr zuspannung für erhöhten schaden bei jedem schuss den auslöser ein maßgefertigter auslöser erleichtert das halten der gespannten sehne und erhöht die haltezeit schon mal machen gewachste sehne wachs bewirkt eine flexibler flexiblere sehne was ein sanfteres und schnelles spannende möglich das auch noch machen und stehen hier ein beschwerter griff erhöht die hiebkraft wodurch die rüstung von feinen nach erfolgreichen nachkampfkampus zerbricht dann haben wir es jetzt jetzt fehlt uns noch dort mints versteck und die beiden und der hier mit denen die zuerst machen wollen falls ich zurück kann hier so 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 Die wollen ja schließlich alles einsammeln. Und da oben die Dinger noch. Und da oben die Dinger noch. Und da oben die Dinger noch. Und da oben die Dinger noch entfüllt. Okay, wo? Hier ist ein Dokument. Das darf ich nochmal zurück. Das will mich doch verarschen. Jetzt darf ich noch einmal zurück. Okay, das ist da unten. Ah, hier. Okay. Okay. Und da oben die Dinger noch. Und da oben die Dinger noch. Okay. Und da oben die Dinger noch. Und da oben die Dinger noch. Okay. Aber es kommt ja eh jetzt demnächst. Irgendwann. Also dieses oder nächstes Jahr. Ja. Oder so. Irgendwie auf jeden Fall über Unreal Engine. Neues Tomb Raider Teil. Ich glaub dann kann keine so gute Idee. Wo muss ich lang? Hier lang. Ce wi-fi. Geht. Aku-mag. ok. Boah. Das hat jemand geleuchtet? Ich dachte sie. Ich dachte sie hätte jemand geleuchtet. Wenn ich den Kran umstürzen kann, müsste ich damit die Tür aufbrechen können. Okay, ich schieb den mal. Wo muss ich überhaupt hin damit? Wo muss ich hin zielen? Wenn ich den Kübel fülle, könnte er schwer genug sein, um den Kran zu voll zu bringen. Ah, okay, warte mal. Die hat aber auch eine Kraft, so ein Ding zu ziehen. So, müsste das klappen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Okay, das ist nicht so gut, dass wir da sind. Die Statue muss der unsterbliche Prophet sein. Und das zeigt den Exodus seines Volkes aus der Wüste von Syrien. Sie siedelten in einem verborgenen Tal und bauten eine große Stadt. Vitesh. Zum Schutze der Stadt und des Volkes stellte der Prophet eine Armee von Kriegern auf. Aber was ist hierauf zu sehen? Sie halten da nicht die göttliche Quelle, etwas anderes, etwas anderes, aber was? Und seine Krieger schmiedeten für ihn einen Atlas, auf das der Prophet stets seine Stadt kenne und seine Geheimnisse. Eine Karte der Stadt. Vielleicht zeigt sie den Weg zur göttlichen Quelle. Nein. 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 Gehen wir. Es ist ein Wunder, dass das hier alles noch steht. Ja, also nachdem Larrach hier fertig war, ist wirklich nichts anderes. Okay, Larrach, beeil dich. Seit. Jaw。 In Michigan. Okay, noch kein Loot. Geothermales Tal haben wir erreicht. Okay, hier sind auf jeden Fall heiße Quellen. Okay, Pfeile haben wir genug. Wo muss ich hin? Da nach oben gehe ich mal von aus. Ähm, okay. Einfach rein da, ohne zu wissen, wohin. Bleib sofort stehen! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du weißt, ich bin nicht von Trinity. Warum sollten wir dir glauben? Ich bin mit einem von euch geflohen. Der Mann hieß Jacob. Wo ist er jetzt? Wir waren zusammen, wurden aber in den Minen getrennt. Sie hat ihn umgebracht! Nein! Nein, 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 nein! Jacob würde niemals einer Fremden trauen. Bitte! Hör doch, ich bin nicht euer Feind! Ich hab dich gewarnt! Du hättest abhauen sollen! Sophia! Es reicht! Warte! Ich dachte, du wärst tot! Ich bin froh, dass sie es geschafft haben. Vergeben sie Sophia, sie ist. Vorsichtig. An ihrer Stelle wäre ich genauso. Was hast du herausgefunden? Trinity ist auf dem Vormarsch. Wir müssen uns vorbereiten. Sie? Sie ist eine Freundin. Auf mein Wort. Dir wird nichts geschehen. Diese Ruinen. Die verlorene Stadt muss in der Nähe sein. Los. Uns bleibt nicht viel Zeit. Waffenlager vorbereiten. Sichert die Festungsmauern. Jetzt! Sie sind fast hier. Und in der Überzahl. Die Kinder und Alten sind am meisten gefährdet. Geht. Uns bringt sie in die Katakomben. Macht die Feuer an. Das Tal muss alarmiert werden. Unglaublich. Sophia. Sammle unsere Krieger. Und triff mich dann oben im Dorf. Geh nicht wieder weg, Vater. Es gibt viel zu tun. Wir hätten mehr Zeit. Später. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Nice. Wir haben das Dorf erreicht. Äh. Kampfvorbereitungen. Untersuchen sie das Tal. Also erstmal loote ich alles. MP-Komponente. Drei von vier Teilen gefunden. So, aber hier ruckelt das Spiel ein bisschen. Geht im alten Funkgerät und bringt den Generator zum Laufen. Wir müssen noch eine letzte Nachricht absetzen. Und so die anderen Siedlungen waren. Ich tue, was ich kann. Ihr zwei. Ihr müsst für mich das Tal überblicken. Geht zu den Klippen und haltet die Augen auf. Sobald ihr ihre Helikopter seht, will ich es wissen. Ja, natürlich. Wenn wir etwas schämen, blasen wir die Hörner. Geht mit Gott. Hallo. Hallo. Ja, geht mit Gott, aber geht. Wir müssen sie um jeden Preis von Makrofonis. Wir schicken die Familie nach unten in die Katakomben. Aber wir müssen den Feind hier auf dieser Seite des Tals beschäftigen. Okay. Kann ich jetzt luten, ohne dass ich weiterreden? Diese Vase muss einmal sehr schön gewesen sein. Aber jemand hat sie mit Löchern versehen und mit Erde gefüllt. Sie diente wohl dem Pflanzen von Setzlingen. Okay, da gibt es nichts zu untersuchen. Sie kämpft. Sie sind offenbar gut ausgerüstet. Ja, aber wir kennen das Tal. Wir nutzen die Ruinen und den Wald zu unserem Vorteil. Ich bete, dass du recht hast. Jakob und seine Leute sind zäh. Das muss man ihnen lassen. Trinity ist auf dem Weg. Sie könnten Hilfe gebrauchen. Und dieser Atlas auf dem Wandbild. Wenn er wirklich eine Karte der Ruinen ist, muss ich ihn vor Anna finden. Wenn ich versage, waren alle diese Tode vergebens. Das will ich nicht auf dem Gewissen haben. So, okay, Fähigkeiten. Wir haben wieder einen Punkt. Ich will das hier vielleicht doch nochmal ein bisschen weitermachen. So, ähm. Erleiten sie nach einem erfolgten Lautungsquill kurzzeitig keinen Schaden durch Feinde. Durch zeitlich perfekt abgepasst drücken konnten. Also, mit Rüstung. Oder stark mit... Erleiten sie kurzzeitig keinen Schaden durch Feinde. Wir sind im Kampf hundenversorgung. Ich will das hier machen. Und danach die beiden hier vollmachen. Ich glaube, wir machen zuerst den voll, da sind ja nur noch drei, und dann die hier. Sonst haben wir nichts, was noch gemacht werden muss. Und dass wir das nochmal schaffen können. Damals habe ich es auch nicht geglaubt. Und es hat zehn Jahre gedauert. Wir sagen besser gar nichts. Okay. Gibt es hier noch mehr Loot? So, 0 von 4 Gräber abgeschlossen. Abgeschlossen Mission. 0 von 4... Ah, hier gibt es wieder Mission. Das ist wieder das nächste... Äh, hoppala. Nächstes Riesengebiet. So, das war zuerst hier. Gottloses Tal. Nee, hier, das fehlt noch. Untersuchen Sie das gottlose Tal. Rück ins gottlose Tal. Das haben wir noch nicht fertig gemacht. Also, wir müssen hier nochmal zurück. Oder wie? Ja, wenn Sie Pfeilspitzen für die Schlacht wollen, brauche ich mehr Feuerholz. Ich habe jede Menge geschlagen. Abgesehen davon, ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr noch zum Schmieden bleibt. Hm, Stacheln gehen schneller als Breitspitzen. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Hallo. Äh, hi. Sie sind Jacobs Gast. Wenn Sie irgendwie helfen wollen, weiter unten am Weg werden gerade die Wachtürme repariert. Nichts für ungut, aber Sie sehen nicht so aus, als könnten Sie mit dem Amboss umgehen. Ähm, warum ich nicht Monster Hunter spiele? Ähm, aktuell aus zwei Gründen. Äh, ich besitze das Spiel aktuell nicht. Und zweitens, äh, ich habe aktuell viel zu viele große Spiele parallel laufen. Und, äh, ich brauche momentan auch irgendwie mal ein paar kleinere Spiele, so die schnell vorbeigehen und so. Damit ich auch wieder Zeit finde, so, und will erst mal die größeren Spiele und Spielereien, die ich aktuell am Laufen habe, ähm, erst mal abschließen. Und, äh, danach dann mich um das nächste kümmern. Also, Monster Hunter ist auch auf jeden Fall in meiner Liste, die ich noch machen will. Aber da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit. Tut mir leid, ich habe keine Zeit zum Reden. Jakob sagt, wir können Ihnen trauen und das reicht mir. Okay. Jakob hat gesagt, dass Sie kommen würden. Wir haben uns nie von den Sowjets verholt. Wenn Sie helfen möchten, sollten Sie weiter nach unten ins Dorf gehen. Okay, dann gehen wir gleich runter ins Dorf. Noch ein schwieriger Winter für mein Volk. Mittlerweile gibt es mehr Tode als Geburten. Und die Jüngsten werden mit der Zeit immer rastloser. Ich sehe, wie sie in den Himmel schauen, wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt. Voller Erstaunen und Sehnsucht. Sie stehen noch immer für unsere Sache ein. Aber ich spüre, dass Veränderungen nahen. Das Ende unserer Lebensweise steht bevor. Die letzten Invasoren sind schon fast vergessen. Aber andere werden den Weg in unser Tal finden. Wir sind an das Schicksal dieses Ortes gebunden. Auf Gedeih und Verderb. Nein, sie alle Kaninchen nur. Ich habe neue Herausforderungen. Ähm, okay. Ich möchte helfen. Was kann ich tun? Wir wollen möglichst viele der Türme verstärken. Sie wurden letztes Jahr bei den Überschwemmungsstab beschädigt. Die Reparaturen laufen schon. Aber ich brauche weiteren Nachschub aus dem Tal. Wenn wir die Türme reparieren können, sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil. Und können die oberen Ebenen der zerstörten Türme erreichen. Ja, komm. Ich versuch's. Danke. Bringen Sie alles zu mir, wenn Sie es gefunden haben. Wie haben Sie hierher gefunden? Was bringt Sie hierher? Ein Krieg kommt. Wir müssen uns vorbereiten. Okay, äh, viermal Hartholz und viermal Heal-Fell. Brauchen wir jetzt. Okay, Klappfahr gibt kein Heal-Fell. Ich sehe hier noch einen Hasen. Zwei von sechs. Oh, ich hoffe, davon schaffen wir alles. Warte mal. Kinder, ihr dachtet, lesen lernen sei unnütz und hätte nichts mit der Jagd zu tun. Das ist eure erste Lektion. Alles ist miteinander verbunden und ich habe immer recht. Die Schlauen unter euch, die ihren Irrtum eingesehen haben und dies lesen können, erwartet nun die erste Aufgabe. Spürt eines der kleinen Tiere des Tals auf und bringt mir sein Fell. Hasen sind überall anzutreffen, bei Tag und Nacht. In unserem Tal sind sie braun und in den Bergen schneeweiß. Eichhörnchen bleiben meist auf den Bäumen. Regen treibt sie in ihre Baue. Und wenn ihr Ratten sucht, schaut in den Ruinen oder bei den Ruhestätten der Toten vorbei. Aber bitte bringt mir keine Ratte. Bringen wir ihr eine Ratte? Können wir ihr eine Ratte bringen? Wer ist denn das überhaupt? Okay, da komme ich nicht hoch. Wo bekomme ich eigentlich Hartzels her? Ach, hier unten im Tal. Okay. Äh, 2 von 6 gefangenen Kaninchen. Das ist die Kress? Okay. Und ein Herausforderungsgrab haben wir hier. Okay, nice. Äh, hier gibt es einen Bären. Hier, super. Hier gibt es auch noch einen Bären. Und hier gibt es Hirsche. Okay, da müssen wir hin. Hier gibt es nichts. Also damit. Ein Stoff. Komm mal hin. Donien! Äh, hier gibt es leider kein Pashikumba. Und, äh, moin moin. Alles klar bei dir, Donnie? Hier habe ich noch keinen Pashikumba. Was haben wir denn da? Treffen sie alle Ziele mit einem Fight. Ja, super. Die da geht auch nur sammeln. 1 von 8 Ziele. Lasst mir raten, ihr spielt nachher wieder, äh, Dingens. Geo, guess on Codenames? Und wenn wir nicht mitmachen? Ja, sagen wir mal so, ab 22, 23 Uhr. Könnt ihr, äh, mich gerne nochmal anschreiben, anquatschen? Um die hätte ich auch wieder Bock mitzumachen. Oh, was haben wir halt hier? Die Anhänger des Propheten flohen nach Osten. Die Reise... ...schwerlich. Nice, Griechisch auf Stufe 4. So, da haben wir das optionale Grab. Gibt es noch irgendwas, was drin liegt? Äh, der liegt ja immer noch. So, erstmal Giftpfeile herfällen. So. Obwohl bei Codenames muss ich sagen, ich verstehe das Spiel noch nicht. Da muss mir das auf jeden Fall noch vernünftig erklärt oder beigewischt werden, weil ich es einfach nicht verstehe. So. Hier kriegen wir Erz, perfekt. Aber Geo-Guessler bin ich auf jeden Fall gerne nachher dabei. Wie ist jetzt voll? Okay, Codenames könnt ihr mir erklären. Okay, da bin ich gespannt, ob ich es auch dann immer noch verstehe. Oder wenn man das verstehe. Fehlende Ausrüstung. Okay, ich komme hier nicht weiter. Was fehlt denn hier? Stimmt, äh, Codenames da braucht man sechs Leute für. Sie könnte eventuell nachher mal die, äh, die Lufiara und, äh, die Wanniki mal fragen, ob die auch Bock hätten. Äh, Donien, falls du, äh, nicht weißt, wer Lufiara ist, äh, das ist die Kami, die Neve irgendwann mal geradet hatte. Die hat sich ungenannt aus Gründen, die ich, äh, die ich aber noch nicht, äh, öffentlich sagen darf. Ich kann die, ich kann die beiden aber mal nachfragen, ob die Bock hätten. Aber ist keine Garantie, dass die auch, äh, zusagen oder so. So, ab und vor uns fehlen hier immer noch so Schießfeile, äh, Zielscheiben und Hasen. Also, er, er hängt Hasen, die nicht die Freie rumlaufen, ne? Waren wir eigentlich schon jeder wützig hier? Ich glaube, wir waren hier schon jeder Hütte. Okay, suchen wir uns einen Weg nach unten. Okay, hier gibt's nichts. Ähm, das mit der Musik funktioniert bei mir noch nicht. Oh, warte, Zünnchen. Herausforderung, äh, wollte im Hühnerpelz. Fangen Sie, fangen Sie alle Hühner und sperren Sie irgendwo ein? Wo soll ich denn hin damit? Wollte im Hühnerpelz, da hin? Hier? Das Hühnchen. Das arme Hühnchen. Okay, wo ist noch ein Hühnchen? Ein Minuspunkt. Neuer Punktestand, minus eins. Nein, noch nicht. Werde ich aber. Ich kann die Hühner werten. So, warte mit dem. Ob Pashi und ich Freundin sind? Ne, wir hassen uns eigentlich richtig. Oh, natürlich. Das war doch gerade da. Das reicht nicht. Wir müssen improvisieren. Es muss noch mehr geben. Ich gehe mal immer auf die Suche. Genau. Alle gehen für die Vorbereitung. Ey, ihr zwei macht mich gerade fertig. Wo sind die Hühner? Das eine Huhn da, das macht mich aber gerade ein bisschen fertig. Da ist noch eins. So, was ist denn mit dem Huhn jetzt? Ich bin da super, einfach die Hühner werfen. Oh, was haben wir denn da? Ich weiß nicht, was soll ich denn machen, wenn die dich mobben. Du bist alt genug. Du kannst dich selber verteidigen. Äh, doch. Regeln gibt es hier. Ich habe nur kein Tomat, um die aufzuzeigen. So, sechs von fünf Hühner. Und das Huhn ist, äh, hinüber. 29 fehlt hier auch noch. Ich hoffe, ich werde hier dann nicht, äh, nicht so gemobbt wie nie. Oh, ein Lucksack. Perfekt. Geheimnis entdeckt. Hier haben wir schon ein nächster Herausforderungsgrab. Okay, gab es doch schon einiges hier, was ich jetzt übersehen habe. Vor allem hier. Krypto-Eingang. Achso, 29 war die Bühne dann gemobbt. Oh, das ist ja. So. Kann ich jetzt? Nee, da kann ich nicht rein. Kann ich hier rein? Ja, okay. Hier kann ich rein. Bei Nieves Special im Spielen, Astor, äh, 9.20 ist dabei. Mobi hat mich zu lassen. Okay, wann diese Woche müsst ihr mir Bescheid sagen, ja? Dann muss ich dabei sein. Und dann kannst du die Elite-Optionals-Grab herausbekommen. Nice. Na, die Forscher-Tasche haben wir. Hier, äh... Ach komm, wir schauen uns erstmal an, was es hier gibt. 9 von 10 Leute finden Mobbing gut. Und, äh, die letzte Stimme, die zählt nicht. Die letzte Stimme ist unwichtig. Und auch an dich erstmal Willkommen zurück, Australien. Vor allem im Internet ist Mobbing gut. Erstaunlich. Diese Architektur ist älter als die orthodoxe Kirche. Ja, sieht auch sehr modern aus. Neues Lager. Perfekt. Inventar-Upgrades verschiefert. Okay, nice. Großer Pistolen-Munitionsbeutel. So, und hier. Ich habe meine Frau in der Obhut dieser Ärzte gelassen. Die Krankheit verschlimmerte sich wie befürchtet. Ihre Haut wurde schuppig und sie verlor das Gefühl in den Gliedmaßen. Sie sagen, man könne nichts für sie tun, außer ihre Schmerzen zu lindern und ihr das Dahinscheiden zu erleichtern. Aber sie muss der Stadt fernbleiben, mir fernbleiben. Meine Frau stirbt und in dieser Welt werde ich sie nie wiedersehen. Ich werde in die Nächste eilen. Zu ihr. Letzter Abschied aus der Krankheit. Ich glaube, wir sind aber hier noch nicht fertig. Wie? Oder vielleicht doch. Ja, da können wir nichts rüber? Okay. Okay, da hinten gibt es noch was. Ja, wenn man sterben will, am besten Dark Souls spielen. Da stirbt man sehr oft. Hier ist sowas auch gut. Perfekt. Ein Sterbi. Okay, Fehler haben wir mehr als genug. Okay, da gab es aber auch nichts zum... Okay, da gab es aber auch nichts zum... Okay, da gab es aber auch nichts zum... Die ent exitingen Schmerzen. Warte mal. Was muss ich hier machen? quand ich sieiin machen? what muss ich ja machen? warte mal. Okay, ich komm hier noch hoch. Ich wollte schon sagen. Bei den Try Not Challenges, da steht... Ja, ich kenne einige solcher Videos, sagen wir mal so. Da stimmt man schon, äh, sehr oft. Okay, ähm, ich raffe gerade nicht, was ich machen muss. Das schon mal nicht. So, komm. Anschieben. Kann ich das auch drehen? Oder nur nach vorne und nach hinten? Ich kann das nur nach vorne und hinten, okay. Okay. Ah, okay. Was ist das, was ich sonst noch machen könnte? Ich glaube, das hat nichts gebracht. Oh, da unten ist was. Ach so, das, äh... Okay, äh, danke für die 101 Bits. Dankeschön. Ja, dann nimmst du hier mal, äh, den ersten Platz ein. Boah, ich hab den Sound von den, äh, von den Bits vergessen, wie der war. Wie der Team. Vor allem, du müsstest dann jetzt auch irgendwie ein Abzeichen oder sowas bekommen haben. Glaube ich zumindest. Was Abzeichnen angeht, da habe ich nämlich sehr viele gemacht. Bis auf zwei habe ich schon alle fertig. Aber für jede quasi Abzeichnungsstufe habe ich, äh, was gemacht. So, aber ich rache jetzt gerade nicht, was ich machen muss. Obwohl, warte. Da ist ein Seil. Warte, da hoch. Wieder, genau. Ah, okay, warte. Ah, okay, warte. Faszinierend. Das ist perfekt erhalten. Ah, okay. Jetzt, jetzt verstehe ich, was ich machen soll. Dann kann ich jetzt nicht mehr schieben? Okay. Verstanden, wie das funktioniert. Nice. Faszinierend, du bist doch nur eifersüchtig. Auf den Donien. So, und jetzt? Ich bin jetzt ernsthaft, was soll ich jetzt machen? Out. Da komme ich nicht mehr ran. War das vielleicht ein Fehler, dass du wüsstest? Ich bin jetzt nicht mehr ran. Schaum. Ich bin jetzt gut. Wollt? Was ist das? Vielleicht nochmal das. Ich würde wirklich gerne verstehen, was ich machen muss jetzt. Äh... Warte. Ah, okay. So geht das Ding runter. Ah, jetzt verstehe ich's. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich sagen soll. So weit. Ich bin schon geil, aber Max ist geiler. Du sehst, das kommt die Männer. Das sollte halten. Jetzt muss ich nur noch da rauf. Okay, also... Hat das jetzt geklappt? Okay. Hoffentlich zumindest. Gibt's hier noch was zum Looten? Hier gibt's noch was. Mein alter Kodex sieht aus wie eine Abhandlung über die Verbindung von Körper und Geist. Neue Fähigkeit gemeintet. Schneller Heiler. Gewinnen Sie Wunden schneller zur Heilung. Halten Sie zum Heilen bei einer Verletzung. LB gedrückt. 10.000 Kreds verdient. 76.000 habe ich jetzt insgesamt. Stimmt, ich hab damit noch nicht, äh... geguckt, was man da kaufen kann oder so. Karte aktualisiert. So. Ah, hier. Das ist ein Dokument. Unsere Isolation lähmt uns. Wir besitzen das geballte medizinische Wissen des Reiches. Ein Jahrtausend des Lernens, wie man jede Erkrankung heilt. Aber hier, am Rand der Welt, macht uns das Fehlen einer einzigen simplen Blume hilflos. Ich kann nicht viel für die Kranken tun. Ich weiß wie, aber ich kann nicht, weil wir uns abgeschottet haben. Diese Menschen und viele, die noch folgen, werden grundlos sterben. Nur um unser Geheimnis zu wahren. Ich bete, dass der Prophet recht hat und es letztendlich den Preis wert ist. Okay. Äh, nee. Hier, das wollte ich. Nee, äh... Okay, ich glaub, hier haben wir alles. Ein Grab. Okay, ich schau mal, wo war das Lager da vorne hin. Hier. Haben wir was Neues? Upgrades hier. Nee, oder? Oder hier was Neues? Heldenhafter Forscher? Kennen wir schon? Okay. Na, ich würd da komplett den Schattenläufer hier nehmen. Ich bleib beim Schattenläufer. Aber hier steht Upgrades verfließbar, aber wo? Wo soll ein Upgrades verfügbar sein? Der hier, okay. Aber da fehlt mir das Werkzeug dafür. Äh, wo ist der Ausgang? War das der? War das der Ausgangläufer? Ich glaube dahinten sind die Wölfe ja auch wieder da. Gehautermales Tal, wir sind wieder zurück. Ne, die Wölke sind nicht wieder da, okay. Die sind immer noch vor. Geronimo, ähm. Ich dachte schon, ich falle jetzt im Wasserfall. So, hängen gelassen. Ich glaube hier unten gibt es auch noch welche von den Hasen. So, aber ich würde jetzt eben einen kleinen Break machen. jemandem. Untertitelung des ZDF, 2020